Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Sabine die Cat und ich begrüße euch recht herzlich zu Draw on the Painted Tower. Ganz kurz über dieses Spiel. Es ist ein Abenteuer Point and Click Spiel. Der Sinn von diesem Spiel ist es ein kleines Mädchen, Iris, das auf einem hohen Turm gefangen gehalten wird zu retten. Das ist ein ganz besonderes Mädchen, es hat nämlich magische Fähigkeiten. Alles, was sie malt, wird lebendig. Ich möchte dieses Spiel wieder als Komplettlösung anbieten, das heißt, ich zeige euch, wo ihr was findet und wie ihr es verwenden müsst. Und deswegen habe ich unten schon den Namen eingegeben. Ich wünsche euch viel Spaß! A small girl stands atop a tall tower, a beacon of hope, im Risen by Shadows. She calls out for help, but her voice is stolen by the wind. And her tears, like dreams, are lost in the night. So, und dann sind wir auch schon am Anfang vor verschlossenen Türen. Dann nehmen wir mal den Schlüssel. Gut, dann nehmen wir den Schlüssel. Wie ihr gemerkt habt, das Spiel ist auf Englisch. Ja. So, dann reden wir als erstes mal mit der Statue. Gut. Dann gehen wir gleich mal hier mittig her, zu der großen Truhe. Dann nehmen wir das Emblem, klicken hier drauf und dann können wir das hier einfügen. Part of a chest. Ziehen das runter. Und dann müssen wir das Ganze noch schön drehen. Der Phoenix. Dann schauen wir uns ein bisschen um. Da sieht man eh schon die Sternchen leuchten. Da schnappen wir uns ein Rubin, ein Auge. Und das Eichhörnchen. Gehen nach links zu der Truhe. Und da haben wir ein Häschen. Dann können wir sich eigentlich gleich dem Bild hier mittig widmen. Dann fügen wir das große Blatt Papier ein. Das Fragment. Und dann können wir eintauchen in die Bilder. Also ich finde das Spiel eigentlich sehr schön gemacht. Ist ein bisschen düster, aber schön gemacht. So, wir können jetzt die Zeichnungen, die wir gefunden haben, hier einfügen. Und die werden dann praktisch lebendig. Nehmen wir das Eichhörnchen. Und dann können wir auch gleich den Handschuh hier mitnehmen. Und hier zu den Kürbissen setzen wir das kleine Häschen her. Ich finde das total schön gemacht. Dann gehen wir zu der Vogelscheuche da hinten. Die glitzert ja schon. Ja, das haben wir schon gemacht. Wir haben also das Eichhörnchen hingesetzt. Den Handschuh haben wir bekommen. Jetzt haben wir die Heckenschere gekriegt. Da haben wir da hinten das Gebüsch. Das können wir damit stutzen. Jetzt wird er sich gleich freuen über den Hut. Die Krähen sind schon weg. Take this knife. My ass fell into the pumpkin patch. A rabbit is usually there to keep the crows away. But I don't see him. Ja, empfehlen ja auch die Äuglein. So, wir müssen zum Kürbis. Der raschelt schon. Und mit dem Messer schnitzen wir da eine schöne Fratze rein. Freundlicher Kürbis. Und hier hinten ist noch ein Teil von einer Schaufel. Die nehmen wir gleich mit. Oh, ich wünschte man könnte ja auch ein bisschen hinten spazieren gehen. Dann gehen wir in die Äuglein. Oho. What a beautiful day for a dick. Here is part of a shovel that you'll need to get my belt. Combine the two pieces of the shovel to use it. Dann bauen wir die zusammen. Und hier sieht man schon, hier ist umgegraben und da ist auch das Puzzle-Symbol. Das heißt, da kramen wir mal durch. Kriegen den Gürtel. Den schnallen wir der Vogelscheuche um. This fishing pole is for you. You might be able to catch something. Hier habe ein Mann angekünsten. Wie im wahren Leben. Wir haben einen Schuh gekriegt. Gehen wir mal durch die Vogelscheuche. Ja, ja. Zeihung, ich habe mich verdrückt. The crows are gone. You've saved the farm. I have no idea where they came from. You've restored the farm. Iris created many of us in the tower. I believe the others might be in need as well. Take this glowering eyes. Glowering eyes. Oh mein Gott. Ja. Was sagt er noch? A farm full of fresh ingredients. Iris used to come here when she needed time in the sun. Ja, da würde ich mich auch gern hinsetzen. In die Sonne. Okay. Dann verlassen wir mal das schöne Gemälde. Wir kommen eh bald wieder zurück. So, und überall hier sieht man schon die Tapetenreste da. Die ziehen wir runter. Und die können wir jetzt in der Mitte hier einsetzen bei der Truhe. Na, ein Stück runter. Die Vogelschwäche. Und jetzt müssen wir ein Bild zusammensetzen. Das kommt hier rüber. Das kommt hier rüber. So. So. Na klar. Voll verdrückt hier. So. Dann kriegen wir die Sonne. Wenn wir jetzt zu der Tür rechts gehen. Und da schauen wir mal. Da gehört die Sonne dann rein, aber... Die müssen wir vorher... Hier links... Beim Kamin reinstecken. Wir nehmen uns als erstes mal die Zange mit. Und wenn wir mit ihm reden. You need warmth and I need my eyes. Bring me both of my eyes and I feel my fire. Gut. Er will also beide Euglern haben. Und dann gibt er uns die Wärme. Schaut doch voll fies aus, oder? Gut. Dann legen wir die Sonne da jetzt mal rein. Bis die glüht. Und ziehen die mit der Zange raus. Und jetzt können wir die Sonne... Kann ich den Brief eigentlich schon lesen? Ich würde sagen, jeder, der was den Brief lesen will... Ich lese den jetzt nicht vor. Mein Englisch ist ja... Kann mal kurz auf die Pause-Taste drücken. Oder ich sage... Dear Franklin, Thank you for taking care of Iris. It is so sad to have to send her away. But it is for her safety. The King and this evil Chancellor are hunting for her still. The Chancellor has laid a curse over our small village. And I fear he may come to Stormbrail. Please do not take the risk of sending a letter in response. She is a special child, as you know. She is our hope and our future. Be careful and keep her safe. We cannot thank you enough for everything you have sacrificed for us. Catherine. Gut. Dann gehen wir zu der Tür. Setzen Sie die Sonne hier an. You have unlocked the Cloud Door. Iris is trapped somewhere high above in the tower. Oh, how I fear for her safety. You must continue on your own now, stranger. I will assist you if I can. Be careful. Trust no one. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.